Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Florian Filmt. Ich bin heute hier mit den Luca. Hallo. Und meiner Wenigkeit, der Maxi kann heute nicht spielen, weil also er konnte heute morgen spielen, aber jetzt gerade nicht. Und wir spielen mal eine Runde 15 vs. 15. Oh, ich kann Englisch. 15 gegen 15. Gut, kenne ich auch noch nicht. Ja, das wäre aber geil. 15 vs. 4. 50 gegen Flo. Das ist ja auch nicht so schlecht, das wäre auch nicht so schlecht. Ich wollte nur über die Hintergrundgeräusche, das ist etwas anderes. So. Ich wollte eigentlich heute einen Livestream machen, außerdem ist das mein Zweitkanal. Ja, ich habe viele, 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 viele Kanäle bis jetzt gemacht. Und jetzt habe ich halt diese. Kann sein, dass ich manchmal nicht reden kann, du wusstest, dass der Luca mit mir hört hat. So, jetzt habe ich die gerade doppelt gehört. Ich weiß, ich habe auch doppelt geredet. Hey, was ist das da? Nein, nein, nicht nach Lazy Links. Ich kenne das nicht. Ich werde zwei Wochen im Urlaub. Ich muss die Web erkunden. Warte, ich mache gerade ein Video. Hallo, ich mache gerade ein Video. Könnt ihr ein bisschen leiser reden? Das wird alles rausgekattet werden. Nein, was ist nicht. Doch. Lass nicht drinnen. Das lass ich drinnen. Keine Sorge, das ist drinnen. Leute, soll ich das ausschneiden oder so? Oder passt das? Ich direkt gefuckt. Keine Ahnung. Tschüss. Hä? Oh, geil, der mal. Warum wurde ich gebucht? Ja, hi. Genau. Ich habe zwei BGs aus einer Chest bekommen. Ja, und ich habe eine goldene Thermal. Hätte viel Glück, wollte ich dafür. Na, als er erst die Tor hier oben. Ich habe eine neue Waffe. Okay, jetzt will ich die Pistole halt. So neu ist sie auch nicht mehr. Ich habe drei BGs, Luca. Brauchst du einen? Nicht doof. Sei still. Jetzt zweige. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich habe die Plätze und... Ja. Ach, selbst. Hier ist... Ah, ne. Ich dachte schon. Äh, ja. Wir laden dich gleich an. Ja, weil wir privat waren. Ja, ich habe... Warte. Weil wir... Weil so blöde Leute die ganze Zeit kamen. Und, äh... Nein, ich habe da eingeladen. So. Du hast jetzt... Hm. Aber ich komme auch mit. Ich komme auch mit. Luca... Äh, der Luca muss mit. Also der Luan... Ja, 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 ja. Raketenwerfer, ja. Meine Lieblingsnahrkampfwaffe. Ich habe vier Biggies. Ich dachte, ich wäre da die Lieblingsnahrkampfwaffe. Nein, du bist die Ablenkung. Das ist meine zweite Lieblingswaffe. Die Ablenkung. Ja, jetzt kann ich passieren. Ich habe noch ne... Chack, chack. Ich muss die zwei Biggies wegwerfen und dafür die anderen zwei behalten. Feuer. Oh Gott, wie viel Tod. Wie weit muss ich... Ach du Scheiße. Oh, nö. Repetier-Sniper. Und das ist denn episch. Ich muss die zwei Biggies wegwerfen, sodass ich den Chack, chack behalten darf. Ach du meine Güte. Hier ist noch ne Tor. Wenn ich noch in Chack, chack bekomme, flippe ich auf. Okay, die geht nicht. Ja, nee, ich habe keinen Platz mehr. Was, du bist ein Junkie? Ja. Oh. Ich gehe immer hier hin. Hä, letzte Runde nicht. Doch. Letzte Runde bin ich gestorben. Ne, ne, das war vorletzte Runde, oder? Nein, letzte. Okay, gut. So, jetzt ist er nicht mehr da. Wartet, Leute. Ich muss kurz was machen. Kann ich das irgendwie rüber gehen? Ah, hier. So. So. Hier stört das nicht. Doch, es stört. Kacke. Warte. Bisschen weiter nach... Oh, Kacke. Bisschen weiter nach rechts. So vielleicht. Ah, perfekt. So, ich hab den Freund fürs Leben gefunden. Welchen denn? Was denn? Also hier von den Drehzahlstats. Warte kurz. Hier müsste doch einfach toll sein. Nein. Nein. Natürlich ist hier die blöde Truhe. Mit dem Jacke. Hier ist noch die Truhe. Mit der Trommelkommen drinnen. Hier ist noch die Truhe. Äh, mit der neuen Waffe. Ähm, du müsstest mal langsam zur ne kommt, Flo. Ach du Scheiße, ja. Bist du da näher dran an der Zo... Scheiße. Ha, ich bin schneller als die Zone. Ja. Ja. Ich baue Holz. Ich hab nur Stein und Metall. Ja, ich brauch was zu bauen. Hi. Hallo. Alter, jetzt lag das komplett, weil du wieder da wirst. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt gehst du. Ja, wer ladet dich denn gleich ein? Bitte sag, mein Bürger sind Portale. Oder wurde dich schon alle aufgebaut? Gibt's immer, wenn 50 gehen 50 Portale? Und das ist nur ein Team-Modus so. Weil ich hab noch keine mit... Ja, Mini. Ja, ich weiß. Ich habe neunen Minis. Ich habe neunen Minis. Ich bin nicht schon wieder. Sind das Gegner? Ich will die runterschießen. Soll ich mal so aus als hier sein? Kausche, kausche, da soll sie treffen, da soll sie treffen, da soll sie treffen, da soll sie treffen. Ja! Genau! Nein, die hatte nicht ernsthaft ein Jump-Head. Haha! Ich hab den Kill. Den lass ich jetzt nicht. Den werd' vielleicht jetzt komplett ausrüppeln, aber ich muss ihn nicht loswerden. Digga, ich hab grad Aims des Untergangs. Ne, ich hab gerade einen runtergeschossen, der eine hatte ein Jump-Head und ich ist damit geflohen. Ja. Wer sitzt und sein Freund hat das gar nicht gecheckt und ist einfach da stehen geblieben in so AFK. Ach nö, jetzt wurde er wieder geheilt. Jetzt bekomme ich den Kill nicht. Ja, ich bin da. Kannst du den Luca, Mann? Ich werd' abgeschossen. Ah! Der ist jetzt disconnected. Hallo, bist du noch da? Ja, bin noch da. Nicht du! An! Wollen wir Rocket Ride machen? Dann? Das wäre denn etwas für die Tube. Das werd' gesagt! Back geht's! 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 ist jetzt kaum gelegt hat, es ist eigentlich ganz gelegt. Du hast ein Kill gemacht! Ne, du hast bloß eingedockt. Du hast eingedockt. Au! Woa, das geht dann! Ja, und jetzt hab ich's doch genutzt. Soll ich mal mit Raketewerfer drauf schießen? Oh, da sind schon alle tot. Warte! Oh, fuck! Der Chill-Docker! Oh, fuck! Ich hab zwei Kills! Ich hab gerade den Bein wiederbelebt. Das ist so unfair! Ja! Kommst du mal runter? Guck mal, wie viele Kills ich schon hab' ich! Ja, gönn dir! Hallo zu dem guten Video-Bird auf gute Kills! Oh, ich bin wieder! Und ich habe keinen genockt! Ich hab keinen genockt! Du hast einen genockt! Nein! Und den Nächsten! Geschützt! Geschützt! Das wird doch immer geiler! Alter! 4 Kills diese Runde! Ich staub die Kills ab, Alter! Das letzte Mal dieses Video wird gefallen! Oh, warte! Junge, was machst du für die kacke Flo? Ach du Scheiße! Von hinten Flo! Ach du! Ja! Da sind die alle Typen! Nein, jetzt haben wir noch! Oder? Warte! Nein! 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 Alle! Alle sind Snoops! Alle! Nein! Wieso! Wieso! Wieso müssen alle Snoops sein? Der hier könnte vielleicht noch fahren! Nein! Nein! Wenn er jetzt schießt! Dann... ... 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